Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr Märchen? Abonniert mich einfach. Und ich glaube ich weiß, ob das Bild hingehört. Der Schmetterling. Okay, dann haben wir ja schon mal. Den bringen wir jetzt zurück. Den bringen wir jetzt ganzartig zurück und dann... Das war doch das, wo ich ewig gesucht habe. Stimmt. Da bin ich ja hier hochgelaufen, runtergelaufen. Hab den nie gefunden. Und jetzt habe ich den endlich mal. Das ist ja cool. Jetzt haben wir hier allerdings einen geheimen Raum gefunden. Wollen wir mal reingehen. Die Pulso-Rätselraum. Achso. Ja, ich muss auf F drücken, nicht auf Reveglio. Ach Mensch. Immer das Gleiche. Warum muss ich ein Loch flicken am Fenster und unser Mückennetz. Unser Kater hat das so aufgekratzt, dass er jetzt mal so rausrennt und dann auf dem Fensterbrett seine Übernachtungen macht. Das wollen wir natürlich nicht, bevor er irgendwann einen Schreck bekommt und dann einschläft. was bin ich denn hier? Was ist eigentlich der Tipuizu? Ach, das ist der. Okay. Nein. Alter. Meine Fresse auch. Da muss ich jetzt mal das und das in einer Reihe legen. Okay. So. Cool. Ähm, hier auch? Oh, wie? Wenn ich jetzt hier raumspringe. Das funktioniert. Okay. Leider fliegt das dann immer ganz schnell wieder zurück. Okay. Okay. Das ist mal wieder ein Rätsel, wa? So. Das ist mal wieder ein Rätsel, wa? Ja. Ähm, ja. Das bringt echt viel. Das bringt es wirklich sehr viel. Okay. Das bringt es wirklich sehr viel. Das bringt das ein Schwer-Hof. Also, ich kann den Schwer-Hof jetzt mal ganz schnell drauf. Ach. So. Nee, das will ich nicht. Oh, vielleicht breche ich das gleich mal ab. Ich muss mal gucken. Okay, das ist schon mal super. So. Okay, das bringt es auch nicht. Hmm. 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 Ja, da sind wir schon mal da angelangt, wo wir von außen angelangt sind. Ja, ich guck mal hier. Ähm. Ne, schon wieder nicht. Das will irgendwie nicht. Warum? Das will irgendwie nicht. Okay, dann schiebe ich sie mal jetzt hier rüber. Hm, das war wohl ein Satz mit X, das war wohl nichts. Jetzt ist das Ding da drüben. Okay, jetzt ist das hier, nochmal schauen. Okay, dann haben wir das schon mal wieder, jetzt sind wir hier an diesem Punkt angelangt. So. 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 So.